Hallo Leute, jedes Mal habe ich die 48. Ausgabe der Marvel Superhelden Sammlung dabei. Diese Ausgabe ist Machine Man gewidmet und ich bin ja persönlich für mehr Machine Man in Marvel Comics, denn Machine Man ist so eine Figur, die ich mit meinem ersten Kontakt sofort ins Herz geschlossen habe. Das war damals Marvel Zombies Nummer 3, wo eben Machine Man ins Marvel Zombie Universum geschickt wird, um dieses Universum zu untersuchen und da er ja nicht infiziert werden konnte, war das natürlich perfekt, wo er wiederum auch auf J'Costa trief, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also wieder zurück auf J'Costa trief, aber das ist so schwierig Marvel Zombies 3, 4 und 5 auseinander zu halten, weil die sehr zusammenhängend erzählt sind und alle mit Machine Man sind. Jedenfalls fand ich ab da diese Figur schon richtig geil. Die Spitze war dann natürlich Marvel Zombies 5, wo Machine Man mit Howard Zeduck zusammen unterwegs ist und dann aber auch für ihn Howard Zeduck genauso ist, wie der andere Mensch, den er kennt, weil es eben einfach eine kohlenstoffbasierte Lebensform ist. Also das ist eben shit, egal ob das eine Ente ist oder nicht, es ist einfach ein Fleischling für ihn. Es ist für ihn kein Unterschied, ob Spider-Man oder Howard. Das fand ich alleine schon richtig witzig. Danach wurde er der Sidekick vom Red Hike. Er sollte so ein bisschen auf Red Hike aufpassen. Nachdem eben Steve Rogers sein Amt als Leiter von S.H.I.E.L.D. wieder niedergelegt hatte, war eben die Aufgabe von Machine Man, Red Hike so ein bisschen in der Spur zu halten. Und nach Marvel Now, also mit dem Start Marvel Now, hat ja Red Hike seine Serie sozusagen aufgegeben und wurde Mitglied der Thunderbolts. Aber die Serie lief trotzdem weiter als Red She-Hike Serie und Machine Man arbeitete dann zusammen eben mit Red She-Hike. So. Und ansonsten hat er ja auch noch ein paar schöne Cameos bei Deadpool, die ich auch total abfeiere. Also ich finde diese Figur so genial. Ja, sie ist auch eben nicht so wie sonst jeden Androiden, die man sonst so kennt, der einfach nur menschlich sein will. Das will der gar nicht. Der will einfach nur eine Maschine sein. Zumindest heute, damals hier, war das vielleicht auch noch ein bisschen anders da. Aber ihm ging es nie darum, Mensch zu sein, sondern als Maschine zu zeigen, dass er besser ist als jeder Mensch. Und das finde ich so genähernd. Und das nicht auf dieser überheblichen Art, sondern dass er auf der sozialen Ebene einfach schon besser ist als jeder Mensch. Dass er hilfsbereiter ist. Dass er eben dort zupackt, wo ein normaler Mensch sagen würde, hier, das geht mich nichts an. Ich gehe vorbei, ne. Also sprich, er zeigt es nicht nur dadurch, dass er eben mit seinem Körper besser ist als ein Mensch, sondern auch, dass er seelisch eben besser ist als ein Mensch, ne. Dazu kommt noch ein sehr trockener, sarkastischer Humor, den Aaron immer wieder an den Tag legt, den ich ja auch immer richtig genial finde, ne. Muss aber auch dazu sagen, dass ich all das hier drinnen nicht erwartet habe. Denn hier drinnen haben wir alte Comics von ihm. Das heißt einmal sein allererstes Solo-Heft von 1978. Dann zwei Ausgaben von Marvel 2 & 1, was die Team-Up-Serie von Sing war, ne. Wir kennen ja Marvel Team-Up. Das war Spider-Man und die Fackel immer mit einem anderen Helden. Immer im Wechsel einmal Spider-Man mitnehmen. Und dann Human Torch mit einer anderen Figur, ne. Und Marvel 2 & 1 war eben eine Solo-Serie für Sing von den Fantastischen Vieren, also von dem Ding, ne. Immer mit einer anderen Figur. Und da haben wir eben hier die Jocosta-Ausgabe und die Machine-Man-Ausgabe drinnen, ne. Und dann haben wir noch eine sehr geniale Miniserie aus dem Jahre 84. Und ja, so Mitte der 80er oder Anfang 80er Jahre ging das sowieso so los, dass ich so die Comics auch richtig cool finde, ne. Ihr wisst, sonst sind so mit alten Comics, habe ich so meine Probleme, ne. Und Machine-Man ist auch nicht direkt als Marvel-Held eingeführt worden. Sondern ja, er war so eine klassische Franchise-Figur. Marvel hat ja auch viele Franchise-Comics in den 70er Jahren rausgebracht. Und innerhalb dieser Serien auch immer wieder neue Figuren entwickelt, ne. Die dann aber theoretisch gar nicht eben ins Marvel-Universum gehörten, ne. Weil sie eben aus anderen Serien stammen und eben später dann irgendwie versucht wurden, ins Marvel-Universum zu bringen, ne. Das war auch so bei den Transformers mit irgend so einem intergalaktischen Kopfgeldjäger, der bei Marvel Now Iron Man gejagt hat. Und ich habe schon längst wieder vergessen, wie der Typ hieß, ne. Der aber eigentlich von den Transformers her kam. Und Machine-Man wiederum stammt aus der Comics-Serie zu 2001, Space Odyssey, ne. Interessant, ne. Wo dann eben dieser Film, nach der Film-Adaption wurde da eben die Geschichte weitergesponnen. Und dann wurde eben in der Story Machine-Man eingeführt. So, ne. Und Machine-Man 1 von 78 wiederum tut eben so, als wäre das, was in dieser Comic-Adaption zu Space Odyssey passiert, sozusagen die offizielle Vorgeschichte und spinnt jetzt hier eine Geschichte um ihn weiter. Er selbst ist Modellbau Nummer X, nicht X100, X51. Und aber alle anderen X-Nummern sind ausgerastet und haben sich gegen die Menschen aufgelehnt. Alle wurden zerstört, außer er, der sich nicht aufgelehnt hatte. Und wurde wiederum von Abel Stack, ähm, ja, ähm, bisschen modifiziert. Er hat ein menschliches Gesicht bekommen und so umgebaut, dass er eben als Mensch durchgehen kann. Und eben sehr menschlich erzogen, ne. Die Regierung hat das aber mittlerweile spitz gekriegt und möchte nun Machine-Man eben festsetzen und zu zerstören. Wie eben, äh, all die anderen Roboter eben auch schon, ne. Und nun, äh, ist Machine-Man auf der Flucht vorm Militär, ne. Und hierbei haben wir aber auch schon urisch viel von diesem klassischen Machine-Man-Sarkasmus, äh, den ich erwähnt habe, womit ich echt überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe hier mit einem urtrockenen Comic, äh, gerechnet, ne. Ja, äh, vom, äh, strukturellen Aufbau hat dieses Ding noch sehr viele Schwächen. Aber vom, vom Geschreibe her ist es eigentlich sehr gut. Es gibt hier auch immer wieder so ein paar Text, äh, also Sprechblasen, wo ich mir denke, ja, Leute, ich sehe, ich brauche dir mir nicht erzählen und ich brauche auch das Kästchen nicht, ne. Aber es gibt hier wenigstens schon mal ein paar sehr coole Sprüche. Leider, ähm, endet die Story mit einem Cliffhanger. Und eben, ja, Ausgabe 2 ist nicht drin, wo eben der Cliffhanger mehr oder weniger aufgelöst wird. Und vielleicht auch erst in Heft 3, ne. Könnte also auch mehr, noch mehr Teiler gewesen sein. Das fand ich etwas schade. Ich hätte nämlich hier gerne, äh, mehr, äh, gelesen, wie das mit, äh, Aarons Flucht eben weitergeht, ne. Ja, dann haben wir hier drinne Marvel 2 in 1 Nummer 92 mit Sing Jacosta, ne. In der Jacosta, die kurz vorher noch bei den, äh, Avengers war, aber aufgrund eines Missverständnisses die Avengers verlassen hat, Hilfe bei Mr. Fantastic sucht, weil sie, äh, Probleme mit ihren Schaltkreisen hat und ständig Visionen von ihrem Erbauer, von ihrem Vater Ultron hat. Während Jacosta durchdreht und versucht Ultron wieder zu beleben, befindet sich das Ding, also Ben Grimm, wiederum in einem Versicherungsbüro. Er muss einen Schaden von seinem letzten Abenteuer noch melden, denn er hat eins, dieser, ich glaube, Fantastica oder wie es nennt, sich schimpft, äh, geschrottet, ne. Und, ja, muss das nun der Versicherung melden. Und hier ist sein Versicherungsberater niemand anderes als Arons Deck, also Machine Man, ne. Und, äh, Ben bekommt eben gerade den Hilferuf, die Meldung der Fantastischen Vier, dass Jacosta eben durchgedreht, äh, gedreht ist, ne, und eben Ultron versucht wieder zu beleben, woraufhin sich Machine Man wiederum an Bens Fersen klammert, um eben diesen Androiden Jacosta im Kampf gegen Ultron zu helfen und damit auch das Ding, ne. Ja, die Story ist auch ganz nett, hat aber wiederum mehrere so erzählerische Hänger, wo man sich denkt, ja, das hätte besser gelöst werden müssen, wo auch viel zu viele unnötige Sprechblasen und andere Texttafeln da sind, wo ich da natürlich bei mir so ein bisschen die Lust raus ist. Trotz allem muss ich sagen, ähm, eben gerade durch Machine Man und vor allem durch seine Schnauze, sage ich jetzt mal, macht das Ding immer noch richtig viel Spaß für eben, ja, diese Art des Comics, die es eben noch damals war, ne. Ja, und dann haben wir hier noch drinnen die vierteilige Machine Man Miniserie aus dem Jahre 84, ne. Ähm, die aber nicht im Jahre 84 spielt, sondern im Jahre 2020. Und Machine Man wurde irgendwann von seinen Feinden heimlich auseinandergenommen, in einen Karton gestopft und in einer Firma namens Bain-Tronics, äh, ja, eingelagert. Und hier, äh, ja, äh, ist gerade der Inventur-Roboter unterwegs und, äh, katalogisiert aufs Neue alle Kartons, die da sind. Komisch, dass das nur alle 36 Jahre hier stattfindet. Aber okay, normalerweise wird Inventur jährlich gemacht oder bei vielen auch vierteljährlich. Hier findet das alle 36 Jahre statt. Jedenfalls findet der Inventur-Roboter eine nicht gekennzeichnete Kiste, mit der er nichts anfangen kann. Und nicht gekennzeichnete Kisten landen einfach auf dem Müll. Okay, ihr merkt also, hier hat das so eine kleine Handlungsschwäche, eine Story-Schwäche. Denn würde nie passieren, dass jetzt diese Kiste einfach so entsorgt wird, ne. Weil man ja da drinnen irgendwas noch finden kann. Das heißt, sie würde ja erstmal zu irgendeinem Menschen gekommen, äh, der die aufmacht und guckt, was ist da drinnen, ne. Jedenfalls wird diese Kiste direkt, äh, verschrottet, landet auf dem Schrottplatz. Und hier findet wiederum eine Gruppe namens die Midnight Wreckers eben, ja, diese ominöse Kiste, in der sich eben Machine-Mans Überreste, äh, befinden, ne. Und bauen daraus Machine-Men wieder zusammen, ne. Und stellen sich mit diesem gemeinsam gegen Bane Tronix, die nämlich von einem ehemaligen Feind von Machine-Men, und einer anderen bekannten Person von Machine-Man, äh, geleitet wird, ne. Ja, eine sehr geile Science-Fiction-Story mit Machine-Man, der auch hier schon so richtig geil rüberkommt, wie man ihn heute kennt. Gut, sein, äh, sein Aussehen wurde stark überarbeitet. Von Violett, äh, geht er jetzt hier ins Rot. Gut, das wurde eben absichtlich jetzt so gemacht, ne, es soll ja eine Zukunfts-Story sein, da hat er eben kurz an ein neues Outfit bekommen, ne. Und hierbei, äh, war in diesem Comic auch noch so eine kleine Besonderheit, ähm, die jetzt vielleicht auch für den ein oder anderen Spoiler ist. Darum jetzt hier eine kleine Spoiler-Warnung, ne. Und zwar taucht hier der Iron Man des Jahres 2020 auf. Das ist jetzt ja allein noch kein Spoiler, ne, aber dieser heißt Arno Stark. Ja, und Arno Stark ist ja der Bruder von Tony Stark, wie wir, äh, bei Marvel Now, äh, gelernt haben, ne, oder den wir in Marvel Now kennengelernt haben. Und das habe ich natürlich hier total abgefahren. Gut, mittlerweile hat mir der gute Sir Acer, äh, geschrieben, dass Arno Stark schon immer existiert hat. Immer als böse Zukunftsvariante des Iron Man, ne. Und man ihn erst mit Marvel Now sozusagen zum Bruder, äh, von Tony gemacht hat. Aber ich fand das jetzt doch urisch genial in diesem Moment, wo du diese Seite aufblätterst. Du kennst Arno eben nur als den Bruder, ne. Und dann hier plötzlich Arno Stark ist der Iron Man des Jahres 2020, ne. Also das habe ich auch total abgefeiert, ne. Also hier drin haben wir jetzt nur klassisches Material, ne. Ähm, mir hat alles hier raus auf die ein oder andere Art Spaß gemacht. Bei der ersten Story finde ich es halt wirklich schade. Also bei dem ersten Heft, dass davon, äh, nur das erste Heft da ist und nicht noch das zweite oder vielleicht sogar dritte. Ich weiß nicht, wo die Story dann richtig zu Ende erzählt wurde. Das fand ich ein bisschen schade. Hätte ich gerne noch mehr von gelesen, ne. Und dann natürlich mit der Sing Jacosta und der Sing Machine Man Ausgabe wird natürlich auch ein wichtiger Baustein für Machine Man erzählt. Nämlich eben, welche Beziehung er zu Jacosta hat. Hierbei ist aber so sehr starke, quetschstoffengen Raum und sehr, sehr viele unnötige Textzeilen, ne. Was mag ich ja immer gar nicht bei alten Comics, ne. Aber auch ansonsten war das schon ein sehr gutes, altes Comic, ne. Und die Machine Man Miniserie aus dem Jahr 84 einfach nur richtig geil. Also die hat mir richtig Spaß gemacht und allein dafür hat sich dieser Kauf auf alle Fälle gelohnt, ne. Und ja, äh, bei Machine Man, ich musste zuschlagen. Es ist einfach wirklich so eine Figur, von der ich einfach gerne viel, viel mehr lesen möchte und man einfach viel zu wenig hat, ne. Gut, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.